Das ist die erste Beleidigung, die Sexualität, ähm, beleidigt. Irgendwie sowas Intellektuelles wollte ich grad sagen, ich hab's nur wieder vergessen. Ja, fail. Ja, das genau. Wo bin ich denn hier? What the fuck? Cutman, 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 Cutman! Die Stage ist merkwürdig, aber sie scheint grad nicht mal so schwer zu sein. Genau, jetzt einfach hoch. Ja, ey, wie beschissen sind jetzt grad die normalen Mans geworden. Sehr? Ja! Wo die nichts Neues drauf haben, aber die sind eben jetzt total für'n Arsch. Ich töte da jetzt erstmal die Zeke. Genau, ich hüpfe voll rein. Wieso auch nicht? Und lass mich rasen, das war ein Game Over. Die Musik regt mich aber grad bei Cutmans auf. Muss ich sagen. Mhm. Und wie die mich grade aufregt. Und du bist tot! Geil! Doch nicht. Jetzt bist du aber... Jetzt stirb schon! So, kurz wegen Asynchronität wieder neu gestartet. Ach so, okay. Okay, und hoch mit dir. Okay. Okay. Hepp. Boah, da bin ich jetzt auch durch. Warte, der schießt ja 3 auf einmal und nicht 2. Ich dachte, der schießt nur durch 2. Gibt's dir wieder ein extra Leben? Ja, hier gibt's... Ey, 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 ey. Jetzt wieder ein extra Leben. Ohl, lol, 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 lol. Extra Leben, hurray! 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 Okay, vielleicht kann ich noch aufhören und holen. Es steht 7 zu 3. Es steht 7 zu 3. Nein, aber ich weiß nicht, ob ich runterfallen muss. Einfach, weil ich's kann, mache ich das. Ja, hab ich's auch nicht. Geil, schon wieder ein extra live, was ich mir holen kann. Ernsthaft jetzt? Ja, anscheinend durchs Bond da live, wenn man stirbt. Was'n Scheiß. Dann kannst du ja unendlich oft bis jetzt machen. Kann man sagen, oder? Ja, aber was bringt das, wenn man da einfach die ganze Zeit am sterben ist, wenn man das so scheiße macht wie ich? Ja, man kann's halt üben. Ich warte, bis er weg ist. Und hoch mit dir, Megaman. Hopp. Die Stage von Cutman ist cool. Mhm. Ist angenehm. So, jetzt hab ich zumindest volles Leben. Und zwei Leben. Okay. So. Du bist tot und ich krieg wieder Leben, das find ich schön. Set! Achja, Musik mag ich, wenn du dir schön. Stimmt, mir fällt grad grad an, ich hab dich einmal gesungen. Ja. Da können sie alle ganz schön froh sein, aber ich werd mal einmal singen müssen wegen dir, du Arsch. Hihihihi. Die Musik ist schön. Ich mag die Musik von Cutman, ich liebe ich. Okay, jetzt ist sowieso ne kleine Sequenz, da kann ich kurz ein Schluck trinken. Ja. Aber man kann sagen, was man will. Die Musik von Cutman ist geil. Die Musik von Megaman ist überhaupt geil. Das stimmt, die Musik haben Sie echt gut gemacht. Auch bei Megaman 3. Die war am geilsten, ja fand ich. Dödödödödödödöd... ja stirbt bist du denn ja er ist tot hall habe ich geschafft steckt 83 83 okay damit kann man noch leben warst du hässlich so ich bin jetzt bei cut man würde ich mal sagen weil immer wenn so ein springendes augen wie da ist genau ich bin bei cut man ready oh nein ich weiß nicht ob es hier kommt euch kenne ich doch noch ihr ekelhaften hier schießt noch mehr als bei den fireman okay jetzt aber gut gerade runter und what the hell was los wort der hell was der hell was das ist die schwäche von cut man die schwäche von cut man keine ahnung egal ich beziehe ihn auch so was machst du denn also ich habe so geschafft was macht der denn für ein scheiß hätte ich volles leben würde ich wahrscheinlich auch der ist einfach erzähl nicht so was der ist echt einfach jetzt habe ich volles leben jetzt noch ihn fertig und dann jetzt kommt das mit dem wasser ich weiß welcher boss jetzt nicht weiß welcher boss kommt auf den freue ich mich nein okay ich habe volles leben das heißt cut man ist jetzt auch dran ja ich hole dich noch einig naja versuchs ruhig naja ich bin am aufholen im moment glaubst du kommt noch wer kommt noch wer kommt noch wer ja 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 haha cut man ist auch dran er ist tot es steht 4 zu 8 oh god wie viele bullet bills kommen denn hier noch ja ja jetzt bin ich bei dem boss gratulation ganz kurzer aufnahmestopp bei mir okay da bin ich auch schon wieder jetzt bin ich elec man mache ich jetzt elec man ist einfach möchte ich auch hoffen für dich du bist du hässlich dumme katze im moment so wie er zurück von der dummen katze von der echt dummen katze super ist ja gut wenn ich jetzt game over gehen würde dann natürlich nicht naja kann ich auch nicht direkt sterben was die blöcke respawn auch nicht mehr was das hört sich nach einer guten nachricht an für mich weißt du was ich soll ich das machen ich komme nicht mal über die erste stage hinaus gerade bei elec man ich habe gerade ein anderes problem das wäre du kannst so wie es aussieht meinen aktuellen boss nur mit wir haben nur mit guts man und elec man töten ja ja solche bosse gibt aber okay mit dem normalen schuss geht's auch okay ich bin gleich tot wie für den habe ich eigentlich noch ja ich habe eben noch eins das heißt ich töte mich einfach ich komme nicht über die erste stage hinaus bist du hässlich boss und jetzt kommen die pinke phase herzlichen glückwunsch die pinke phase naja natürlich jetzt einfach sterben das hat so jetzt er keinen zweck ich komme nicht über die erste stage hinaus es geht auch nicht ist jetzt einfach noch mal ernst wie soll es funktionieren es funktioniert moment breitchen boss bist du normal aber der stage kommt sie nicht weiter hast du gesagt ja bei der ersten ich finde elec man plus eines der ist gar nicht so schlimm wenn ich ehrlich bin ich habe ich komme da nicht weiter das gibt es nicht kommen wir recken nicht weiter und das ist eigentlich auch gar nicht witzig ich weiß es auch nicht wieso ich lache aber das ist mir scheißegal ja endlich von wo kommst du und genau dann falle ich gleich runter wieder du bist du bist du das kommt so von dort hast du ein scheiß ey boah letzte phase what the hell wie schnell bist du ich muss mich wieder einkriegen und was trinken ich bin so ihr seid weg hier brauche ich das mann hallo gatz man hallo bist du da ja ich bin da mein mikro war stumm und irgendwie ja toll jetzt ist die ganze erste stage für den arsch soll ich mich töten und die noch mal machen ich töte mich jetzt einfach brauchst du jetzt extra nicht egal ich hatte eh nur leben von daher na ok die musik am anfang ist aber so geil ja alles klar ich hatte mein mikro dumm gestellt ja ich hatte es dumm gestellt ok was auch immer nein nein ich noch mal hier die plattformen nein fick dich ich nehm ähm ich geh jetzt einfach hey der ähm der elec man ist wirklich einfach also die stage ziemlich sogar was ist das da unten das wir eigentlich haben hoch mit dir ich bin neugierig ich will wissen was das ist ok was passiert ist wenn ich da hoch oh wieder diese viecher was machen die ich check's nicht ich check's nicht diese grünen alien viecher ok wie komm ich da jetzt oh nein oh nein was denn plattform stage bei welchem boss bei elec man ähhhhhhhhh können sein ich weiß es gerade nicht die ist ja echt ähm interessant haha muss ich sagen oh und ich fall runter oh ein oh fast wär ich runter gefallen ein glück ey eb ha oh so und geschafft ein glück ich bin ja so toll und ich fall runter wer ist gedacht hopp na los geht rauf nein nein nicht so weit runter nein nein nach links nach links schnell rette dich ja oh wenigstens nicht so weit runter du bist down und du gibst kein leben was zur hölle soll man jetzt etwa oh ein glück ach du scheiße das war echt fireman bei dem nutze ich jetzt die schwäche was zur hölle ey wie viel schaden machen denn die teile diese grünen alien viecher die machen halt mal übelst schaden was was ok man und er schiebt mich an losseite ok ich bin jetzt wieder oben finde ich gut jetzt kommt die leichte plattform Steads hopp also neoooo 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 hüpfen und fertig ich glaub ich bin gleich bei elec man Wie viel Leben habe ich denn noch? Ich habe sogar noch zwei Leben, das ist ja cool. Und ich falle einfach mal runter. Wieso auch immer. Okay, ich habe noch zwei Leben, gut. Fireman. Soll ich es riskieren? Nein, ich riskiere es nicht. Okay, ich bin jetzt wieder noch mal eine Stage-Wall. Ey, das ist ja mal einfach. Und da nehme ich einfach mal die rechte Leiter. Wird schon nicht so schlimm sein. Nein, Erleck, ich habe... Oh man, du bist doch scheiße. Äh, die rechte Leiter ist ziemlich beschissen. Und wie beschissen die ist. Naja, jetzt geht es dir nicht, das ist einigermaßen.